Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer King Barbo Boss, Pixelcraft Gamer, willkommen zu meinem nächsten Tutorial in Minecraft, und wir machen heute ein Dirt House. Ja, äh, okay, also zuerst sucht man sich mal eine Stelle, wo man sein Haus baut. Am besten, irgendwo, wo's safe ist. Ah, schon was gefunden. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr meistens einen Weg finden. Fickt euch, wenn ihr's nicht tut. Nur Noobs können das nicht. Äh, scheiße. Äh, fuck. Warte mal. Äh, so. Äh, nachdem ich jetzt mir die Materialien besorgt habe, und alles gekraftet habe, und nun meine Leiter gebaut habe, können wir jetzt nach oben. So, nachdem wir oben angelangt sind, bewundern wir die schöne Aussicht. Äh, nun, werden wir hier, unser Haus bauen. Also, er versucht am besten, schön das Haus zu bauen. Äh, äh, so. Ein Dach werden wir auch brauchen. Äh, äh. So, so. Genau so müsst ihr das machen. Okay? Okay. Äh, äh, so. Jetzt nehmt ihr euch am besten ein Bett. Und... Und... Eine Kiste. Und am besten noch eine Werkbank. Äh, 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 ja, das ist es eigentlich auch schon. Und unsere wundervolle Base ist nun fertig. Ich weiß, es mag schwer aussehen. Aber ihr könnt es auch. Okay? Okay. Ja, dann viel Spaß beim Versuchen. Euer King Babo Boss ist natürlich der Boss. Und vergesst nicht zu abonnieren, äh, favorisieren. Äh, 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 abonniert mich. Genau. Und sagt es euren Freunden. Äh, äh, fuck. Ja, mein Mann! Ja, mein Mann! Vielen Dank.